Heute am siebten Tag der Novene wollen wir beten für die Familien. Heute beten wir für die Familien, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben und vielen Angriffen ausgesetzt sind. Herr Jesus Christus, Du hast in einer menschlichen Familie gelebt und hast mit Maria und Josef Dein Leben geteilt. Ich bitte Dich für meine Familie und gleichzeitig für alle Familien. Lass uns in Glaube, Hoffnung und Liebe wachsen, damit sie zu Orten gelebten Evangeliums werden, die Dein Licht in diese Welt ausstrahlen. Der heilige Josef werde unseren Familien eine Stütze, vor allem in den schweren Stunden. Amen.